Im Grunde genommen sind es Suchmaschinen, aber man könnte vielleicht es ein bisschen anders umschreiben. Es sind so Gatekeeper, es sind Türöffner. Es ist etwas, was den Nutzerinnen und Nutzern am Ende deutlich macht, was sie leichter finden oder was sie schwieriger finden. Und das ist, wenn ich eine Suchmaschine im Internet bediene, ja noch relativ einfach. Ich habe ein Angebot von 10, 12 oder 20 Inhalten und kann mehrere Seiten mir anschauen. Wenn ich aber mit einem Smart Speaker, egal von welchem Anbieter spreche, dann wird mir manchmal nur noch ein Angebot unterbreitet. Und da sollten wir doch wissen, warum, wieso, weshalb. Das sind die Intermediäre. Aber wir unterscheiden auch ein wenig, wissen Sie, Sie haben Plattformen wie YouTube. Da haben Sie ja so ein User Generated Content. Das heißt, Sie können selber die Dinge einstellen. Sie können auch sehen, wer welchen Inhalt eingestellt hat und nach bestimmten Kriterien suchen. Sie haben aber beispielsweise die Plattform Horizon von der Media Broadcast. Und wenn Sie die Plattform Horizon nutzen, dann wollen Sie doch möglicherweise wissen, wer kann dort seine Inhalte verbreiten. Sind das kommerzielle Interessensgeber und welchen Einfluss hat das möglicherweise auf die Willensbildung und eben auf die Meinungsmacht? Das wäre total schön und würde ich mir wünschen. Was wir aber tun müssen, ist, dass wir das Tempo erhöhen und zum anderen, dass wir vielleicht abstraktere Lösungen finden. Weil wir müssen nicht immer jedes technische Detail lösen. Deshalb haben wir uns auch in den ganzen Beratungen rund um wieder ein komplizierter Name, die Audiovisuelle Mediendienstrichtlinie, die das nämlich regelt, auf europäischer Ebene, die hieß früher mal Fernsehrichtlinie, heute hat man da den Horizont erweitert, die steckt den europäischen Rahmen, der sich ja auch gegenüber den anderen Märkten USA, China oder andere Märkte abkoppelt. Und jetzt haben wir das Erfordernis, was müssen wir auch noch in Deutschland tun und welche Erfordernisse haben wir, ebenfalls ein großer Markt mit 83 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Und ich sage, wir haben was zu schützen, nämlich eine unglaublich vielfältige, duale Medienlandschaft mit einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit vielen Privaten, sei es im audiovisuellen Bereich, sei es aber auch im Zeitungsverlegerbereich. Wir haben eine große Wirkmacht, die durch die US-amerikanischen Plattformen hier reinkommt, die nach völlig anderen Gesetzgebungsideen, nicht Gesetzgebungs-, aber die andere Ideen haben, wenn sie Dinge verbreiten. Der Medienstaatsvertrag soll dann ablösen, die alten Rundfunkstaatsverträge. Das heißt, wir wollen auch mit dem neuen Staatsvertrag in die digitale, in die konvergente Medienwelt einsteigen, die nicht mehr nur noch Radio und Fernsehen kennt, sondern eben auch diese große Bedeutung der Intermediäre und der Plattformen in den Blick nimmt. Sie sollen Gatekeeper sein. Das erweitert auch, wenn man es positiv denkt, den Pluralismus. Aber wir wollen dabei zwei Kriterien angewandt wissen. Das eine ist das Thema der Diskriminierungsfreiheit und der Transparenz. Das heißt, jeder Mensch muss mit seinen Inhalten eben oder seinen Angeboten auch diskriminierungsfrei dort auffindbar und verbreitet werden. Und der zweite Punkt ist, wir wollen sicherlich nicht alle Algorithmen kennenlernen, aber verstehen, warum der Algorithmus welche Inhalte nach oben schwemmt und andere dort tief in der Versenkung sein lässt. Und dann gibt es weitere Dinge. Es könnten ja mal Fälle aufkommen, dass ein Verstoß vorliegt und der muss geahndet werden können. Und wir brauchen sogenannte Zustellungsbevollmächtigte. Das heißt, wir müssen einfach Ross und Reiter kennen. Wir stellen eine große Dialogbereitschaft fest, jetzt auch in den vorbereitenden Gesprächen, in den Anhörungen. Es ist nicht so, dass man sich dagegen wehrt. Es ist aber so, dass wir wirklich eine sehr unterschiedliche Denke oft haben. Wir in Europa und die auf dem anderen Kontinent, der Nordamerika heißt. Also das erleben wir oft. Auch, dass wir fordern, dass es beispielsweise eine Kennzeichnungspflicht für Social Bots gibt. Die sagen einfach, das sind Nachrichten. Aber wir sagen, man muss doch hier kennen können, ob es eine computergenerierte Meldung ist oder ob es eine menschengemachte ist. Da haben wir eine unterschiedliche Denke. Aber wir in Europa mit unseren Werten für Demokratie, Freiheit und eben auch Vielfalt und Pluralismus glauben, dass wir an der richtigen Stelle hier ansetzen. Und deshalb setze ich auf diese gute Dialogbereitschaft. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.